Aber das ist anscheinend nicht ganz so einfach. So, was finden wir? Hier finden wir Gold. Ja, ist doch scheißegal. Wenn du das nicht überlebst, dann ist das eh scheißegal hier. Wir kacken hier doch sowieso gerade nur ab. So, hier. Geht's hier irgendwo weiter? Nein. Okay, mit Leertaste konnte man sich nochmal richtig in die Szene schmeißen. Na? Pickup. Na, das macht keinen Schaden. Das ist... Maximal Pride. Ne, da ist mein Scrap. Besser, was ich da habe. Wow. Das ist... Ja, rast aus. Für einen Gegner hättest du eben mal machen sollen, ey. Meine Güte. Ah, wir sind hier. Ja, ist ruhig. Ganz ruhig, Paun. So. Sehr schön. Dann hätten wir jetzt noch eine von den... Ability Charts oder Crystals collected. Sehr schön. Aber hier gab's doch noch einen anderen Weg, wo noch ganz viele solche Crystalle waren. Das hätte ich gern. Hui. So. Und... Was war das? Ja, da hat jemand etwas gegen, das wir hier sind. Und zwar dicke. Jemand gefällt das nicht. Kann man das aufmachen? Oh. Ah. Sehr schön. Ah, okay. Dahinter verbirgt sich das also. Schön, schön. So. Dann... Gehen wir mal weiter. Und schauen mal... Schauen mal, was wir dann noch weiterhin machen können. So. Hier war noch ein Weg, den wir noch nicht gefolgt sind. Da eine Druckplatte. Wo könnte da denn was rausschießen? Uh. Okay. Ist auch nur einmalig, ne? Schön. Wunderbar. Wunderbra. Wunderbra. Mhm. Schön. Aber hier ist nichts. Das ist langweilig. Gib mir was zu tun! So. Eine weitere Rune. Verbunden mit weiteren Gegnern. Nein, aber... Das sieht so toll aus, aber... Oh, Juhu. Ich wusste es. Ich wusste, dass da noch irgendetwas passiert auf dem Weg dahin. Es sieht so aus wie ein Azur-Lieb zu mir. Das ist, was wir brauchen, um hier raus zu kommen. Assuming, dass du bereit bist. Hm. Schaut selber noch aus. Gut. Dieses Scheißvieh, das werden wir bestimmt noch mal treffen. Müssen. Toten tun. Und das gefällt mir persönlich nicht. Ja, komm raus! Lass uns spielen! Ja, nicht tschsch! Oder ist hier wieder das Krabbelvieh irgendwo, ne? Hm. Was wohl da oben ist? Mal schauen. Es öffnet sich. Ah! Ah! Dir geht's mir zu gut, Kollege. Mann! So, holen wir's nochmal, das Azur-Licht. Hup! So, hör auf! Auf! Ja, schön, dass du auch mal wieder mehr machst. Habt's auch mit einem Schlag direkt zerfetzen. Oh, hör auf! Oh, hör auf! So, gleich werd ich aber mal schauen, wie ich nochmal irgendwas upgraden kann. Weil mittlerweile haben wir schon ein paar mehr Kristalle gesammelt. Und diese Kristalle waren, glaub ich, doch dafür verantwortlich, dass wir unsere Fähigkeiten doch verbessern können. Oh, der! Oh, ja. Ah, das wär zumindest schön. Aber gehen wir jetzt erstmal zu dem Toten, zu dem Steinwächter. Oder was auch... Ich war diesmal sehr geistesgegenwärtig, das freut mich. So, nehm ich erstmal... Wieso kann ich das nicht nehmen? Ach, scheiße. Okay, gehen wir erstmal wieder zurück. Das war knapp. Aber das funktioniert ja noch alles schön, ne? Nein, das hört sich nicht gut an. Egal. Wir haben das Azurlicht und wenn uns jetzt nichts noch weiter in die Quere kommt... Noin! Use mein Vial, Adik. Und hurry up about it. Ja, aber wir haben das Azurlicht noch. Juhu! Ah, ich bin bereit für mehr. Ja, natürlich. Habe ich irgendeinen Weg übersehen oder... Hat sich die Umgebung verändert? Hier war doch irgendetwas, wo man... Wo ich nach oben gehen konnte. Hier sind wir ja eben runtergegangen. Hä? Das verstehe ich gerade nicht. Ich stehe auf dem Schlauch. Okay, gehen wir einfach mal hier weiter. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Moment mal. Das war vor der Gruft. Das war vor der Gruft. Aha. Hahaha. Juhu. Juhu. Hm. Schade, dass man keinen Sprint hinlegen kann. Weil das wäre irgendwo schon sehr praktisch. Und uns fehlt noch eine einzelne Rune. Und ich glaube... Ja, ja, ganz ruhig. Und ich glaube die... Ach, mach Sachen. Fick dich. Mann. Ist das Licht noch da? Nö, jetzt habe ich auch kein... Fuck mehr. Fuck. Wieso treffe ich den nicht? Verdammt. Hier. Kühl dich mal ab. Zap, 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 zap. Drauf, drauf. Ich hätte doch keine Chance. Warte, kaputt. Wurde auch langsamer Zeit. Ich habe wieder ein bisschen viel Leben verloren. So. Und jetzt brauche ich wieder so ein... beschissenes Azurlicht. Hm. Gehen wir nochmal den Weg. Hm. Das ist schon nervig. Mit den ganzen Gegnern, die immer dazwischen kommen. Hm. Naja. Ist leider etwas Backtracking. Aber was will man dagegen tun? Nichts. Gar nichts. Und gehen wir wieder hier runter. Lies mal nicht über die Falle gehen, weil die Falle ist ganz, ganz böse. Böse, böse. Fuck. Kädok. Meine Güte. Ich habe es doch gesagt, die Falle ist böse, 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 böse. Böse, 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 böse. Böse, böse, böse. Böse, 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 böse. Wir haben wieder Licht. Hier, fass das. Wie? Wir hätten damit auch schießen können, ohne dass das Azur-Licht verschwindet? Wahrscheinlich ist das Azur-Licht vorhin weggegangen, weil ich einen Skillshot benutzt habe. Also hier Explosion oder Frost oder... Hm, was Madame hier nämlich gerade alles schön hat. So, und Kerdok dreht... Bitte nicht wieder drauf. Alles in Ordnung. Jo, dann gehen wir jetzt wieder zurück. Zurück, zurück. Ich hab noch ein bisschen Tee. Und das war's mit dem Tee. Ach, das ist irgendwie... Blöd mit dem ganzen Hin- und Hergerinne. Ja, hätte ich das mal vorher gewusst, dass man... mit Skillshots das beendet. Ja, wir haben das Rätsel des Uralten... ...gelöst. Hier gibt's nichts. Hm, hier gibt's nur den einen Weg, also... Müssen wir hier weiter? Ich hoffe, wir können noch zurück. Es wird gespeichert. Fuck, nein, oder? Fuck! Jetzt haben wir das Rätsel ganz umsonst angefangen mit den... Ah, mit den Runen. Ah, mit den Runen. Scheiße. Mann, das ist jetzt etwas doof. Ah, hier ist nichts Besonderes. Mann, Scheiße. Das war jetzt die ganze Aufregung umsonst. Und hier ist auch nichts. Und hier ist auch nichts. Das ist genauso scheiße. Mann. Das ist... Doof. See. So, See, See, See. Nee, ich schau jetzt erstmal, wie ich hier nochmal... ...verbessern kann. Hm, 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 hm. Talents. Lore. Ähm, nein. Journal. Dread. Ja, die können eigentlich einiges draufhauen. Global Progress. Sind das Achievements eigentlich? Ich hab da drauf noch gar nicht so wirklich geachtet. Oder nee, Quasche sind Gegner, ne? See you that? Ja. Hm, 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 hm. Oh, Bosse. Nein, falsche Richtung. So, Objectives. Hm. Skill. Ja. Wie ging das nochmal? So, ich mach mal eben ein bisschen gedrückt. Hier und da. Das war ein falscher Knopf. Nein! R ist Heiltrank. Okay. T. T ist auch Objectives. Warum? Z. Z zeigt den Weg. Oh, Mann. Hätte ich das ein paar Minuten vorher gewusst? Hätte ich mir das ersparen können? Tut und tun. Mann! Wo war das denn? Mit den... Mit den... oder ging das nur an bestimmten Orten? Da. Das muss ja sein, das ist die Karte von Diefeld vor. Dann gehen wir mal, alter Mann. Die Wargar wird sich nicht selbst Super! Elfmeat! Interessant, dass den das nur langsamer macht, dass er nicht eingediert. Und irgendwie halten die echt viel aus. Und ich hab gedacht, da würde jemand hinter mir stehen. Hm. Okay. Okay. Ich komm so langsam wieder in das Spiel rein. Okay. So, ne, Moment. Da geht's lang. Okay, dann gehen wir erstmal in die andere Richtung, ne? Weil wir wollen ja nichts vom Spiel verpassen. Vielen Dank.